Yo Leute, wir sind heute wieder bei FragTuber.de. Mein Name ist Reo Kesper. Heute mit einer neuen Serie Waffenspielwahnsinn mit mir und meinem Kumpel Reo Clown. Und das läuft so ab, wir spielen einfach eine Runde Waffenspiel in verschiedenen Games. Jetzt ganz am Anfang Black Ops 2 auf der schönen Map Stand-Off. Im Splitscreen ist das so und ich bin oben, der King ist oben. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Aber das wird man ja eh daran sehen, dass ich am Ende gewinne. Und ja, ich denke, es wird ganz spaßig werden. Ich freue mich schon drauf. Yo. Ach ja. Also es wird hiervon auch mehrere Folgen geben, also ich denke mal in der zweiten Folge Black Ops 1 oder so. Jetzt geht's los. Korrekt. Und der erste Ratmier, Pistole. Nein, 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 fuck. Du musst am Anfang gut rauskommen. Am Anfang ist das A und O gut rauszukommen. Scheiß Cap, Alter. Yes, die habe ich jetzt auch hinter mir. Jetzt habe ich die Akimbo, den Bimbo habe ich jetzt. Cap vor Ort hier, Alter. Die ist richtig kacke. Fuck. Oh, Penis. Nein! Yes, yes, im 1 gegen 1 Duell gegen den Noob. Ich hatte eine andere Waffe, Alter. Zieh mich an ihm vorbei. Ich hatte eine Execution, alles auf einer Reichweite ab 10 Metern Sinnlos. Ich hätte jetzt geh gerne so einen Tunnel auf, Alter. Yes, da habe ich ihn auch hinter mir. Das ist super. Das ist super. Das ist super. Okay, die Einer... Ich habe die Wienerzen. Oh, der Wienerzen. Auf einem hinter mir. Und da killt er mit der Pumpgun aus 10 Metern Entfernung. Tja, KSG ist da. Fuck. Ey, was ist das denn für ein Jumpman, Alter? Wir machen die so richtig oft. Keine Zeit, mir Killcams anzugucken. Ich muss gewinnen. Ach, puh. Yes, der Nächsten. MMC. Fuck. 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 Ich will die ganze Zeit irgendwie so einen Tom abwerfen oder so. Ich weiß auch gar nicht, ob irgendjemand blöd ist, sondern... Kommt halt eigentlich nicht mehr. Das ist viel besser als die Demütigung. Oh, geil. Ach. Ich konnte man noch nie in diesem Modus. Tom abwerfen. Oh, Warnlass. Ich hab ein Stein. Ich hab ein Stein. So, ja. Boah. Mah, zieh dir mir den Kill ab, nachdem ich den angeflaggt habe. Der war so richtig geil. Na für Rache jetzt. Jetzt stirbst du dir. Ich denke da an Schickern. Ja genau, Dreischussbetrieb. Das vergesst man schon mal gut und gerne. Oh, von der Punk an wurde ich hier. Der hat gebämst. Ich wüsste diesen Scope, äh. Millimeter-Scan. Ey, das ist echt scheiße, Alter. Ja, das ist echt scheiße jetzt hier, Jungs. Ach, doch. Wenn ich dir mal diese 3er-Burst aufmache, ich gar nicht hier. Besser als 4er-Burst. 4er-Burst hat sich irgendwie stärker an. Ja, aber der hat keinen Hedgehog-Multiplikator. Mist, ey. Das ist scheiße. Genauso wie die SMA halt. Mist, ey, Mist, ey, Mist. Okay, ich bin bei 8 Kills. Also hoffen wir schon gestorben, aber so. Da, da hab ich den nächsten Hall. Die war ja schlechtes gerade. Schon. Mist. Mist, Mist, Mist. Korrekt weg damit, ey. Jetzt den guten, halt den Zielsucher, halt. Ja, den nächsten Hall hab ich noch gekriegt. Du hast mich halt gekillt, aber den nächsten Hall hab ich noch gekriegt. Jetzt hab ich hier diese Einzelschoß-Warten. Ich hoffe, ich versag's aber noch. Und direkt die Neue, direkt die Neue. Was, Leute? Nein, aber ich hab dir nicht gegönnt, dass du den kriegst. Ich werd nicht bei dir zugucken sollen. Du kriegst nichts. Du hast nichts gegangen. Ich bin bei einem Scheiß. Oh, korrekt, Alter. Ich war ja noch nicht bei dir. Ah, fuck. Die hätte ich auf dir wegkriegen können. Mist, von hinten wurde ich gesnipert, Alter. Fuck, das war der mit der Rocket, ja. Das Scope von der Dragunov ist dafür ganz gut, Alter. Ach, rein. Wieso? Und dann gibt es. Das kann doch nicht einfach wechseln. Spray, Sprayerman wird belohnt. Yes, der Quickscope. Was, du hast einfach getroffen, obwohl du keinen Scope hast? Ja, ich bin da raus. Oh, leck, leck, leck. Jetzt leckt es hier, Jungs. Jetzt leckt es hier, Jungs. Egal, der Quickscope, Alter. Ohne Scope, einfach. Sechze. Mal, das leckt hier ein bisschen. Ach, scheiße. Ja, Alter, hab ich ihn gekriegt, trotzdem leckt hier. Scheiße, ich hab immer noch keine Kräzision. Ich hab immer noch keine Kräzision. Alter, ist der hier am Lenken. Egal, wird trotzdem aufgenommen. Da ist der nächste Kill. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hinschießen muss, ey. Ja, ist egal. Okay, kommt. Boah, ich hab mir ins Fenster geschossen, auch weil ich da nicht hingestillt hab. Wow, da ist schon einfach ein Knife. Von wo, was, was, was denn? Von irgendwas? Das ist dann schon mal... Ich bin genau Scope, ich verlieb dich geduldet. Yes, da hab ich dich geduldet. Boah, du Geier, Alter. Ich bin sowieso hilflos, Alter. Armbrust, Alter. Nein, voll hinten! Ich wurde dritter, ich wurde dritter. Egal, ja, wir hatten Lacks, da kann man uns dran machen. Dafür einen schönen Quickscope hingelegt und nicht mehr hat. Die Leistung war doch ganz in Ordnung. Hier nochmal der Abschusskill. In den Arm. Nee, nee, nee. Hab ich nicht verdient. Hab ich nicht verdient. In unsere Verbindung. Verbindung ist echt super. Na egal, wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann gebt doch einfach ein Like. Und wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann schaut auch nächstes Mal vorbei. Wir werden hier noch mehr machen. Und ja, könnt uns da ein kleines Feedback in den Kommentaren geben und so. Bis dann, komm mal rein, Jungs. Und... Komm mal rein. Jo, Peace!